Durch Zufall, das eine war kein Bunker, hier ist alles gefließt, da waren Stromleitungen, das war eben ein kleines Gebäude. Hier sind Vogelkäfige von groß bis klein, ein Außengehege für Hasen, eine riesengroße Voliere. Gehen wir auf den Weg. Dann haben wir hier zwei große Terrarien, eine riesengroße Hundetransportbox. Gehen wir eben weiter. Hier nochmal eine riesengroße, wunderschönes Terrarium für Hamster. Hier scheint irgendjemand sogar zu schlafen. Eine Decke für einen Hund oder so. Ein Katzenklo, das war ein kurzes Video, aber ich hoffe man konnte etwas sehen. Und die Vögelchen, das ist genau schon. Jawohl?